Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge RimWorld, mit mir natürlich eurem Elyria. So, ja ihr habt es bereits selber schon bemerkt, dass es schon sehr lange keine Folge mehr gab. Und ja, ich bin auf den Geschmack gekommen und es gab den einen oder anderen Zuschauer und hab ich mir gedacht, ach komm, macht doch einfach nochmal wieder was. Und jetzt, ihr seht, den Spielstand habe ich gerettet, der existiert noch. Bevor wir weitermachen, erstmal zur Erklärung. Ich habe vor, mir das Royal DLC zu beschaffen und bis das DLC da ist, also bis ich es mir kaufen kann, weil aktuell kann ich es mir gerade nicht leisten, dachte ich mir, mach ich mal hier von dem ursprünglichen Spiel auf etwas. Und ja. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Erstmal, wo waren wir stehen geblieben? Erstmal, ich musste einige Mods portieren und überarbeiten, weil es gab ja auch Updates von RimWorld. Das Thermometer war zum Beispiel dafür verantwortlich, dass das Spiel partout nicht mehr laden wollte. Da gab es glücklicherweise einen findigen anderen Modder oder Interessent, der hat die Mod portiert und überarbeitet und übernommen. Jetzt habe ich die Mod wieder drin, es funktioniert also wieder. So, was ist noch? Einige Mods sind natürlich gekennzeichnet als nicht kompatibel mit diesem Spiel, aber ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird. So. Wir haben Teufelsgampels, das sieht ganz gut aus. Die wachsen auch schön fleißig. Und ja, wir haben hier Händler und eine Meldung, dass sie eine Karawane haben. Mal gucken. Eine Karawane, aber der Fraktion Inet Berio, menschenähnliche Einheit, nähert sich. Sie sind Großhändler. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Ich gehöre zu den friedlichen Spielern deswegen, also ich mache das garantiert nicht. Also ich greife nicht an. Mach ich auch nicht. Ich bin nicht so der Kämpfertyp. Aber ich denke mal, die Zuschauer unter euch, die kennen das bereits auch aus anderen Projekten. Die aktuell im Laufen sind, wie ich mit meinem Kollegen Opa zockt, Minecraft und Factorio, Vopctorio mache. Ja, nur das natürlich gehört zu den Singleplayer-Spielen. So, was haben wir jetzt? Tiki-Lentern, genau. Die haben wir nämlich auch. Betrüger. Stimmt. Unser Husky hieß Betrüger. Und? Husky? Äh, nicht Husky. Unbetrüger? Betrügst du so schön? Ja, nee. Hast du nicht. Du bist ein Liebeshündchen. Takuya, die nach rosa Elefanten forscht. Ja, ich erinnere mich noch an solche Sprüche. Was forschst du eigentlich gerade so Schönes? Lässt du drauf? Überschüssig gespeichert. Oh, cool. So. Kurzschlüsse gab es ja in der Vergangenheit. Oft genug. Das passiert nicht durch diese provisorischen Sicherungen. Allerdings war es mit Bauteilen nicht so weit her. Wir haben 33 Bauteile, deswegen kommen wir auch weiter. Ich würde sagen, ich lasse das Spiel mal weiterlaufen. Unsere ganze Kolonie. Ah, schön, dass sie noch lebt. Ich finde es schön, dass das Spiel gerettet werden konnte. Uuuh, Höhlenkäferleiche. Uuuh, Fraktion Insekten. Uuuh. Uuuh. Kannst den Hund zur Fraß vorwerfen. Und wir fressen doch alles. Aber ich nicht. Was machst du so Schönes? Du trägst einen im Allzeiten. Ah, ja. Wollen wir mal gucken. Was war nochmal zugewiesen? Zugeweisen. Geiles Deutsch. Zeitplan. Arbeit. Alles ein, so wie es sich gehört. Forschen. Hat Takuya. Nummer 1. Ford. Wissenschaftlerin. Hat 2. An zweiter Stelle. Was hatte sie nochmal so Schönes? Ach, du bist ja verletzt. Was hast du denn eigentlich nochmal? Du hast einen grauen Star. Ford. Okay. Linkes Auge. Effizienz 50%. Milchig aussehende Trübung im Auge. Grauer Stahl beeinträchtigt die Sehkraft. Kommt mir bekannt vor. Besonders bei meiner Familie aktuell. Ja, bei mir hat es in der Familie leider meine Mutter getroffen. In grauen Stahl. Glücklicherweise kann sie operiert werden. Und das kommt auch auf sie zu. Er hat natürlich Angst davor. Ich weiß nicht, kann man sie nicht auch operieren? Operation? Geht das? Oh, gar nicht nehmen. Nee. Zerlege doch nicht meine Wissenschaftlerin. Sie ist 60 Jahre alt. Was hat sie noch alles? Katharsis. Sie fühlt sich gut. Schlaf mal drei. Ja. Und die Krankheit ist auch nicht gerade sauber. Hurrako. Du hattest dich doch letztens geprügelt. Oder wie war das? Nein, der Riesen-Scarabeus hat dich angeknabbert. Und einen linken großen Zeh verloren. Stimmt ja. Da war ja auch noch was. Autsch. So. Energie haben wir auch durch das Geothermiekraftwerk. Also ist energietechnisch alles im grünen Bereich. Was haben wir eigentlich für Temperaturen? 23 Grad. Wir haben aktuell den 7. September. Wir haben Herbst. Ja. Glück ist geschlossen. Das ist auch gut. Das hätten wir ja in eine letzte Folge schließen müssen. Ja. Ich entschuldige mich, dass hier aktuell nicht sehr viel passiert. Ich muss erst mal selber wieder reinkommen. Hungerndes Tier. Am Verhungern. Junger Stier. Warum verhungerst du? Was ist los mit dir? Unterernährung. Wieso verhungerst du? Waren wir nicht Stroh? Warte mal. Was frisst du? Kurz Pause. Ich will nicht, dass mein Tee verhungert. Warte mal. Was frisst du? Ernährung. Früchte, Samen, Pflanzen, Essen, verarbeitetes Essen, Flüssigkeiten, Trockenfutter. Früchte, Samen und Pflanzen. Wie komme ich denn da ran? Kommwofleisch, Totanfleisch, Konkrete Slabs haben wir. Salat, Karotten. Kommwofaser. Wir haben aber auch Stroh. Nee, Heu haben wir. Ich muss dem Duster reingeben. architekt zone lagerzone sollte das nicht sowieso hier rein so und zwar lager alles löschen und zwar für tiere leichen genau ich gehe durch die leichen zu fressen wo sind wir denn hier so nahrung heu heu kann da rein trockenfutter kann da rein kann ich nicht einstellen wie viel jetzt bestimmt von der größe priorität kritisch so wer ist unser tierpfleger er kümmert sich um die tiere wer ist laufbursche tierpflege also in erster takuja aufgabe für dich du gehst jetzt nicht forschen kein reinigen soll es ja auch nicht reinigen und wo ist der stroh das ist im lager in meinem zentrallager würde ich meinen da wo denn was ist das denn hier leiche ich habe ihn schwarmen wieso habe ich eine gute schrote hinter verboten hallo wer sie will soll sie nehmen warte mal ich kann es doch anklicken oder nicht da habe ich sonst noch auch verloren da kannst du dich anklicken wo ist hoi meine kuh mein stier verhungert tierbereich warte mal was stimmt hier doch nicht tierstall tierbereich komm geh raus geh raus verhungert wie bloß nicht du armes vieh geh raus such dir was zu futtern wie sieht das wie den futter in den griffen gekriegt habe hier vor allen dingen armes hier johnston was machst du du gehst steinblöcke aus brocken hochschlagen sehr gut brauerei ich habe hier ist heu drin why ich habe heu im kühlschrank in unserer brauerei ok ich würde sagen läuft das habe ich absichtlich gemacht das war wohl noch ein überbleibsel rohstoffe da kommen jetzt die zutaten rein für unsere brauerei pflanzenmasse hopfen psychoidblätter rauchblatt hopfen und hopfen rein was macht unser bier wohiniert durch temperatur temperatur 19 grad warum wieso ruiniert ich will bier ach manno kaputt gegangen leider bist du dafür verantwortlich russgewürze zieht weiter warte mal wollte ich nicht mit dem handeln oder lachen ab wo handeln 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 wer ist eigentlich dafür zuständig sozial wer ist dafür sozial ok warte mal das war doch brauche etwas wer sozial gut ist ja ich muss erst wieder rein kommen 3 3 3 1 6 nichts 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 3 2 warte sozial 6 du warst ja mit am höchsten ne ja du warst ja mit am höchsten ok chari aufgabe für dich handeln handeln ich hoffe dass kein angriff reinkommt in der nächsten zeit ich bin noch viel zu ausgekühlt als jetzt kämpfen zu können ah zu dir das noch stimmt nicht abbauen warte auf mich warte auf mich warte auf mich nicht nein er ist weg ein muffalo ist trächtlich jawoll hast du fein Kinder gemacht ne ja sehr schön zweites trimester ja während sie schwanger ist schlachten garantiert nicht deshalb bin ich viel zu tier lieb Spotlight achja und ein Zuschauer namens Hiski dich grüße ich hiermit hat gewünscht dass ich die Mod für Darkness rausnehme das werde ich in der dritten Staffel machen also bitte sei mir nicht böse wenn ich das hier erstmal noch drin lasse achja unser Friedhof kann man das nicht abschalten das frisst Strom macht denn keiner das Licht aus wenn er den Raum verlässt Aliona ein Hirschkuh 11 Jahre ich habe doch ordentlich Tierchen ah guck mal ungekühlt nein das ist ja noch offen das ist ja offen aber 59 Tage ok da passiert nichts haben wir Glück gehabt so wir haben eine Eiche bereit zum ernten haben wir ein Holz wahrscheinlich nicht so viel ne doch genug da was fehlt was fehlt hier eigentlich Mosaik Wood Floor Holzboden was wollte ich den Boden austauschen ah guck mal das ja machen wollen das sieht glaube ich auch besser aus ne als dieser komische Wuselboden wer ist eigentlich für so während die pennen guck mal nach wer ist fürs Bauen zuständig und zwar Layla Baut und Juto unser abtrünniger Juto ne verrückte Hirschkuh haben wir Quest aktiv Waffenstillstandsverhandlung das ist neu in der Version wir gucken es gleich mal an aber erstmal hier ne hiesige Hirschkuh ist verrückt geworden sie wird jede Sichtweite angreifen nein nein wir haben einen wütenden Menschenjäger eine Hirschkuh jetzt hab ich Angst stimmt wir wollten mal hier Mauern bauen da war ja mal was aber hier haben wir ja auch zugemauern also sind wir insoweit schon mal sicher hier liegen Leichen rum weg damit verbrennen mmm yummy Fleisch ne ein Riesenfault hier wandelndes Fleisch ja ja ich weiß ich weiß liebe Vegetarier ich weiß ihr verabscheut Fleisch essen hier guck mal ich hab hier Heu hier habt ihr was zu essen wenn ihr Hunger haben liebe Vegetarier was ist ein glücklicher Vegetarier wenn er über seine Wiese läuft und Gras mäht Entschuldigung Entschuldigung aber die Witze müssen sein okay ähm die Pengrat Buki bist du nicht mit jemandem zusammen du hast ein Doppelbett Transhumanist Transhumanist Fleisch ist so eingeschränkt ich wünschte ich hätte irgendein moderneres Körperteil äh das wünsche ich mir auch manchmal der Körper der ist so der zerfällt so schnell ich meine schaut mich an ich bin 34 und ich merke jetzt schon den Zerfall ja ein bisschen blödsinn ich weiß so Ernährung ähm Vogel hier warum hast du nichts gegessen habe ich das nicht eingestellt im Zeitplan genau ihr habt doch eine Stunde Freizeit vor Bett gehen reicht das euch nicht? Roboter haben wir keine Wildtiere okay ich würde sagen erstmal leider sobald du aufstehst machst du bitte das Tiergegen fertig sollte das nicht geglättet werden geglättet geglätteter Kalkstein Wand aus Kalkstein Felix ähm ja einer meiner Spielkollegen heißt zufälligerweise auch Felix guck mal Felix du bist du bist in meinem Spiel drin du bist du hier in Husky und Waldo nein Felix guckt das Spiel wahrscheinlich nicht normal so Laila du kochst eine einfache Mahlzeit okay ja ich komm langsam wieder rein ich weiß langsam die Kombi wieder zu drücken äh nicht kochen bitte äh du mach bitte hier weiter ähm zusammenbruch Buraku was ist mit dir? Bedürfnis was hast du? ich bin ich bin habgierig mein Raum ist erbärmlich ich will ein wirklich ansehnliches Schlafzimmer haben ich bin die neue Königin von England nein nicht England von den Illyrianern sag mal was glaubst du wer du bist Buraku bist du der Kaiser von China? oder die Königin von England? nö du bist auch nicht Kim Jong Un du bist weiblich verunreinigter Kriegsschleier ich trage ein kleines Stück in dem jemand gestorben ist sagt es jagt mir einen Schaul über den Rücken fühlt sich gar nicht gut an Moment habe ich nicht irgendwo eine Kleider Kleiderkammer ich wollte schon sagen gerade eine Kleiderkammer habe ich nicht irgendwo die Verarbeitung für Kleidungsstücke? Tako ist fleißig Künstler Bergbock aus Stahl ungünstige Temperatur ist zu kalt müssen Heizung einschneiden jeweils für diesen Befehl wird lediglich festgelegt dass ein Kolonist den Schalter betätigen soll bevor etwas passiert muss ein Kolonist kommen und den Schalter von Hand betätigen das weiß ich das musst du mir nicht sagen liebes Spiele das weiß ich ich spiele das Spiel schließlich nicht seit gestern guck mal in Let's Play dann weißt du es ha 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 so so Leila was ist mit dir? Mädel guck mal guck mal guck mal hier gibt es so viel zu tun Mädel da gibt es so viel zu tun guck du was würdest du davon halten? entfernt Bodenfläche oh guck mal der Boden der Fußboden nimmt langsam Form an wunderschön so ich habe hier die Kennzeichen wie das neue Lager gebaut werden soll aber habe ich das vor zu glätten oder habe ich das habe ich das gemacht? wie habe ich das gemacht? ich glaube ich muss erstmal Befehle gehen abbreißen nein stopp Architekt Befehle abbauen so habt ihr was zu tun Leila wo bist du? da bist du noch so weckt Stoff weil guck mal wir wollen ja schließlich Teppiche in den Zimmern haben Architekt so äh ja Böden so was wollten wir eigentlich für eine Farbe drin haben? wir wollten ja die Zimmer eigentlich ganz nett gestalten Beleidigungs nichts schon wieder Buraku Buraku hat seine Wut auf Fort fixiert sie wird Fort verfolgen und beleidigen es geschah aufgrund von schlechter Laune der Auslöserfaktor war in der Kälte geschlafen Was? Warum? Kannst du dich nicht mal beherrschen? fein orange carpet äh brauch Stoff wir haben aktuell keinen Stoff das war's das Problem Farbe ist das dir nichts ändern warte mal wie war das nochmal? wir haben doch Stoff oder nicht? nein nicht wirklich Buraku ich sag dir gleich wenn dir Fort einen aufs Maul haut dann beschwer dich bitte nicht so in den Kriegsstall würde ich sagen den ziehst du aus der macht dir unter anderem schlechte Laune ja wie geht das nochmal? wie kann ich dir sagen dass du das Ding ausziehen sollst? achso ich kann grad nichts steuern weil sie übergeschnappt ist stimmt da war ja was Schnitt für den Kekerkralle was hast du eigentlich? Spannungsmangel ja 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 ich versteh dich ja Mädel ich versteh dich wirklich hier mach Heizung an ich muss ja nicht frieren so die Klimaanlage kann ausgemacht werden sparen wir Strom hier ist es gemütlich hier ist 8 Grad drin hier sind es 8 Grad drin Heizung an ja auch ich hab das völlig vergessen hier alles ich entschuldige mich bei euch dass ihr gerade jetzt so ein bisschen wahrscheinlich doof reinschaut Quest Quest achja was mit der Quest geschichte Kleidung ja ich weiß war meine Kleidung benötigt mal gucken was gibt es für eine Quest Niklaus Schädow Blackhorn Ratsvorsitzender der Fraktion Vasomedo Moralische Konföderation hat uns für eine Botschaft geschickt er möchte mit uns an einem nahegelegenen Ort ein Gespräch führen vielleicht können wir so unsere Beziehung zu der Fraktion verbessern und um Geschenke erhalten aber Vorsicht ein schlechter Unterhändler kann mehr schaden als nutzen und sie sogar verärgern Schädow Blackhorn Sternchen ich kann alles mal da einstücheln hier geschirren besser oh das sind Feinde gar nicht nur so weit weg aber doch weit genug weg dass man da nicht hin kreisen kann weil hier guck mal an die Kachel wie man die zählt Zeige Quest Verpflichtungsverhandlungen Gehen jemals in Friedensverhandlungen mit irgendwelchen Feinden die ihr nicht kennt meine Devise Leila bist du fertig du bist fertig du siehst fern du bist nicht fertig du bist bei entspannen in Ordnung das erlaube ich dir dass ich durchgehen sobald du wieder Arbeitszeit hast geh essen ja in Ordnung darfst du oder 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 du bist nicht mehr auf die Leidigungstour Ford hat eine Prügelei mit Burako angefangen er hat die Schnauze voll ich hab's ich hab's doch gesagt die kriegt einen aufs Maul ich sag doch die kriegt aufs Maul oder Burako werde ich dir respektlos die Klasse von die Klasse okay von Ford das hat Ford richtig Tüten gemacht und die schlug zu ja ja Ford ist ja auch weiblich ups ist schon wieder verwechselt oh Gott ja komm kann ich aber das hast du verdient das hast du verdient du bist gestresst was kann ich machen zu deinem Wohlbefinden wahrscheinlich gar nicht Oberschenkel gebrochen rechtes Beineprellung Kiefernbruch ach du meine Güte gut du isst was und dann geht's ab ins Krankenbett legt einfache Mahlzeit ins Inventar er macht das ruht sich aus okay von mir aus das macht schon richtig Laila bist du fertig geworden bist du so Zieltemperatur 21 jetzt stellen wir erstmal auf Kühltemperatur ein machen wir minus 1 Grad weil hier gehen schließlich Tiere rein ja ah ich fühle gut wir sagen jetzt kommen die Tiere langsam ins Gehege Stier Tierbereich Tier 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 Tierstall meine ich Tierstall Tierstall Mario ist Tierort Tierort Strip? Nein. LED. Hatte ich nicht noch mehr Lampen irgendwo? Wo war das nochmal? Mehr Böden. LED, Sicherheit. Strom. Ich weiß, es gibt hier irgendwo Lampen. Da, beim Möbel. Bodenleuchte. Oh, nicht schlecht. Plastal. Bin ich doof? Bodenleuchte rot, grün. Moment mal, wir haben Plastal? 67, das gebe ich jetzt aber nicht aus. Das kann für was Wichtigeres sein. Eine Lampe. Was? Boden. Wieso alles Plastal? Das ist so selten, das Zeug. Okay. Oh, das zeigt mir sogar eine Stromfahrt an. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Machen wir da eine Lampe hin. Da eine kleine Lampe. Oh, was? Ne. Oh, wieder Plastal. LED Lightning. Gucken. Das kostet Silber. Warten wir nochmal. LED Floor Light. Stahl und Silber. Eigentlich will ich jetzt kein Stahl und Silber ausgeben. Oh, wir finden hier Stahl. Oh. Oh. Okay. Oh. Okay. Floor Light. Das kann man gar nicht sehen. Ja, die Light. Embedded in the Floor and Invisible. Ah, Act as a Conduit. Alles klar. Das ist eine Leitung. Hier habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo verlegt, nicht wahr? Ja, guck mal. Das hatte ich hier schon mal verlegt. Hier läuft bereits Leitung her. Dann werde ich das wohl nicht nehmen. Ähm. Das kann man nicht erkennen. Auch nicht. Möchte die Lampe schon ganz gerne sehen, aber irgendwie sieht man die gar nicht. Nein. Okay. Okay. Kann ich jetzt genauso gut hier dran sitzen. Ja. Ich würde sagen. Der Radius ist ganz gut. Wollen wir bei den TN auch noch so ein Ding machen? Ich würde sagen, so machen wir das. Aber ich würde auch sagen, liebe Zuschauer, für diese Folge war es das erstmal. Ich hoffe, ihr hattet den Spaß, genauso wie ich. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und ja, diesmal wird es eine 66. Folge geben. Versprochen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.